so und da sind wir wieder das wochenende steht vor der tür und wir schnitzen uns noch einmal durch die gegnerischen dämonen horden und hoffen dass wir hier entsprechend das finden was wir finden wollen ins krasse sein grundstück hier schon der hammer volle fette tresor uns kennt mich das cave mäßig wirklich ja First Blood, Rise of the Machines In Rodent Hell, the Empire Strikes Back Okay Disneyland Dying City Rise of the Machines Somewhere here Astonishing Warschau Fantasy Chagoon of Love vs. the Power of Atom Planet Rogue Und Sorceress from the Moon Oh, weia Was ist da denn Das sind dann immer die gleichen entscheidend Oh, nein Nein, komm, mal los So Ja, das ging jetzt relativ zackig Uh, krass Alter, Karma Bonus war mal heftig jetzt Ähm, muss ich gleich mal gucken Ob wir da nicht schon wieder ein Karma Pünktchen haben, ehrlich gesagt Hammer Noch nicht ganz Schade, dass man das irgendwie nicht sieht, ne Hm, das wäre irgendwie noch cool, man Sehen würde Wie lange es doch dauert So eine Lippeshalle Echt krass, ey Echt krass, ey Was bei ihm hier so abgeht, ne Ich spring mal kurz in den Pool Ein bisschen planschen Bisschen entspannen So, da soll man hin Ah Ah Oh, nein We're in a little hurry, remember All the best heroes Shave their heads Travis Bickle is a good guy right now Was enough Listen, Chiang Chi Who says you're the hero You said every hero I know But any Yahoo can shave his head This is unarmed baldness What can I say I live in hope Alter Er ist so durchgeknallt Echt jetzt, man Wirklich Er hat, glaube ich, echt ein Problem Ja, vielleicht sogar ein paar mehr Aber egal Wer bin ich, das zu beurteilen Ich muss es kaputt machen Es tut mir echt leid Das sind seine Sachen, die ich weiß, aber Ja Das ist die armere, die er haben will Oh, Darlene Ich habe nie entstanden, die Menschen Obsessionen mit ihren kleinen toys Das kommt von einem Mann, die eine Maske 24-7 Du wirst mich verletzen, weil ich materialistisch bin? Das ist die einzige Sache, die ich versuchte in deinem Welt, als ich verabschied habe Verabschied? Warum? Das ist die große Sache Aber ich nicht erinnere Ich habe mich verabschiedet in diesem Ort, wie ein ghost für 200 Jahre Und ich nicht mehr warum Das ist die dritte Das scheint es zu verabschieden und ihr spirit Mhm Ich bin in Hoffnung 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 Wenn die legend ist ist, dann die Nobitsurakage kann die Menschen die Menschen die mich verabschieden Das ist meine Ich bin zurückgebracht Ich bin in Hoffnung Wenn ich das das Schwert zu Zillow Ich bin Toast Du machst Du machst was du musst Du musst Du hast Ich werde Ich werde Ich finde die Armbrust ehrlich gesagt kacke, ja, ich mag die gar nicht, ich bin da kein Fan von, ich hätte lieber eine bessere Knarre als das, so genau jetzt kommt so eine doofe Stelle, genau So, komm, erstmal die Fliegenden, genau, die sind nämlich doof, wie die hierher kommen, Genau, das wollen wir nämlich nicht, Fliegende sind kacke, Fliegende sind kacke, fliegende Dämonen Habe ich alle? Sieht so aus, ne? Oh, der kommt noch her Ah, der kauen hier, uh, guck's dir an, guck's dir an, ha 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 Yes Kackbaum, das ändert eh nichts Ja, okay, gut, ähm, nehmen wir die ganzen Kisten mit, ein bisschen Nebensenergie ist auch nicht schlecht Okay, das ist das Auto in, hübsch Tja, das geht auf jeden Fall nicht so schnell kaputt, mhm, hm, hm Schade bloß, dass wir das nicht fahren können, hm, 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 es ist ein Fahrrad, ach noch ein lila So, noch irgendwas anderes, ich guck erst nochmal, ne, okay, da haben wir's. Richtig. Naja, irgendwie haben wir jetzt den Anzug. Yay, sehr gut. So, alle Key-Kristalle gefunden, wie immer, das Wichtigste eigentlich, ne. Genau. Wunderwäschendhaft. Na, jetzt so langsam wird's ein bisschen schwieriger, weil jetzt geht's zum, also Richtung Friedhof. Wir sehen ja schon eins in der Mitte auf dem Foto, das ist der Friedhof an der Stelle, da wollen wir jetzt hin und, ähm, ich kann so viel verraten, das wird nicht ohne. Ja, da werden wir das erste Mal auf einen der großen Dämonen treffen und, wenn ich meine groß, dann meine ich groß. Klar, wer jetzt zum Devil May Cry gespielt hat, der wird ein bisschen lachen. Also, weil, wer, ich sag mal so, nur wer Devil May Cry gespielt hat, ähm, weiß, was große Dämonen sind, ja, die einfach mal um ein Hundertfaches größer sind als man selbst. Ähm, das hat man hier nicht, auf keinen Fall. Ja, also, aber, es reicht aus, definitiv, ja. Definitiv mehr als nur ausreichend. So, Kapitel 4. An den Abend kann ich mich auch nicht erinnern. Ah, okay. Boah, das kann schon mal passieren. So, hab ich alles? Ich glaube, ne? So, da hinten ist kein Shit, einiges ist los. Hier ist sonst, glaube ich, nichts. Ne, es sieht ganz ruhig aus. Nun gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich, bevor wir großartig anfangen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und dann werden wir mal Richtung Friedhof gehen und schauen. Oh, warte, 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 warte. Bevor wir das machen, machen wir noch kurz mal den Karma-Punkt. Genau, guck mal. Können wir auch noch mal ganz kurz hier was drauf geben, dass wir doch die einfachen Dämonen ein bisschen einfacher bleiben machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euch ein schönes Wochenende. Euer Mr. Zogger. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.